Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2 hier auf meinem Kanal. So, wir machen schnell, dass wir hier wegkommen, bevor die KI auftaucht. Wir haben noch, was haben wir denn, 854 Kilometer vor uns. Ich denke mal zwei Folgen wird das noch geben, dann sind wir da, wo wir hinwollen. Ja, mal gucken, was wir noch für einen Scheiß unterwegs so alles anstellen. Aus so langen Strecken kannst du immer natürlich ganz, 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 ganz viele Videos machen. Und wenn du die alle an einem Tag machst, dann weißt du irgendwann gar nicht mehr, was du redeln wolltest. So, früh dunkel ist es draußen, das fällt mir gerade auf. Ja, aber es ist, wie es ist, gell? So, was haben wir hier denn? Haben sie auch schon wieder gebastelt. Hier, guckt euch das mal an, was sie hier für einen Rastplatz hin gebastelt haben. Ei, 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 ei. Weil den gelben Linien nach... Ja, guck mal, da hinten macht die gelbe Linie weiter. Hier waren wir definitiv schon. Oder hat man dann einfach mal wieder ein bisschen was dazwischen gebaut, ne? Das fahre ich aber jetzt nicht ab, weil dann beenden wir diese Tour niemals. Wir machen das mal einmal ganz relaxed hier. Wir sind Motorradfahrer, Moped, Roller, ne, keine Ahnung, was das war. Ich habe jetzt nicht so genau hingeschaut. Da gibt es einen Telepass-Slot. Durch den wollen wir durch. Wollen wir mal gucken, was die Gelehrten hier sagen. Wo willst du denn jetzt hin? Telepass hier, komm her. Dann war nämlich die Chance, eventuell vor dem reinzukommen. Wohl, weil der ganz schön Gas gibt da, ne? Pass auf, gleich schert der einfach noch nach links aus. Weil er Bock drauf hat, oder so. So. Haben wir auch schon wieder ein Stück, wo wir nicht waren? Oder wird hier wieder jede Autobahn-Hälfte einzeln gezählt? Anscheinend, ja. Alter, musst du so viel Gas geben? Geh doch mal vorbei, Mann. Rigol-Dämmstoffe, kenn ich nicht. Noch nie gehört, ganz ehrlich. Gliederzug. Ja, da warten wir auch noch alle drauf, dass wir die kriegen, ne? Gliederzüge. BDF-Züge. So, jetzt kann ich mich nämlich vormogeln. Und jetzt habe ich nämlich die Nase vorne, mein Freund. So sieht's jetzt nämlich aus. Jetzt bin ich nämlich vorne dran. Ha! Da zeige ich dir, wo der Frosch die Locken hat, du. So, was ist das da vorne für Nest? Bayon. Ich kenne doch, genau, Bayon. Stop Bayon. Gab's mal in den 80er, 80er, 90er, gab's einen Song. Stop Bayon. Von Tullio de Piscopo. Ich weiß nur nicht, ob die Stadt damit gemeint war. Ja, auch ein netter, ne? Tullio de Piscopo, oder wie? Tullio de Piscopo. Keine Ahnung, was Piscopo ist. Kann jemand von euch italienisch? War doch italienisch, oder? Oder ist das Spanisch? Ach, was weiß denn ich. Stop Bayon hieß der. Titel Tullio de Piscopo, der Sänger. So, und hier haben sie auch schon wieder gefrickelt, hier. Schweine. So, so. Und aus Italien natürlich Gianna Nannini. Bruder von dem Rennfahrer, wie hieß der? Nicola Nannini, glaube ich, ne? Kann das sein? Irgendwie sowas. Ja, die hat bei Konzerten immer ihre Bluse hochgehoben. Das war einmal sehr interessant. Skandal damals. Und Annie Lennox in ihrem roten BH, unvergessen. Auch am Nürburgring hat sie ihre Bluse ausgezogen. Ja, Mensch, da steppte die Lennox in Dessous da durch die Gegend. Warum auch nicht, Mensch? Sind doch alle gar nicht so prüde heutzutage. Haben sie auch schon wieder was Neues hingebastelt. Das war doch auch vorher nicht da. Ich muss mal wieder so eine Wahnsinns-Tour machen und hier einfach so durch die Gegend cruisen und alles Mögliche abdecken. Oder ich muss mogeln. Das in der XML umschreiben. Ich habe alles gefahren. Ne, äh, ich glaube, das kannst du gar nicht. Das muss ja auch entsprechend angezeigt werden, ne? Gott, schon wieder so eine Abzockstation. Langsam übertreibt ihr es aber wirklich, du. Toll. Was ich hier durchkomme, kommt der Anhänger. Kommt der Trailer hinterher oder steckt der gleich fest? Ich muss ordentlich ziehen hier. Hat geklappt. So, weg. Und es ist nichts kaputt gegangen. Das ist Zoll, oder was soll das hier darstellen? So, da wäre jetzt die Waage. Warum du jetzt rausfährst, weißt du anscheinend, ach so, selber nicht so genau. Was die hier treiben, wissen wir auch nicht. Ach, Unfall. Hm. So. 700 Kilometer noch. Blick auf die Uhr. 300 müssten wir theoretisch noch schaffen. Es ging ja bis jetzt ganz gut. Mal gucken, was noch passiert. Hups. Bisschen zu weit. Guck mal, da vorne kommt wieder eine Strecke, die wir noch nicht gefahren sind. So ist das doch immer schön. Hier rechts rum sind wir schon mal. Hier lang noch nicht. So gibt es immer neue Kilometer dabei. So, mal ein Schlückchen aus meiner Flasche nehmen, Leute. Prösterchen. Freitagabend, da kann man schon mal ein Pilzchen genießen. Und hinterm ATS-2-Steuer erst recht. So, Teufel. Kühltransporte. Nicht die Musikfirma. Die schreiben sie auch mit E hinten. Schon wieder eine Grenzstation, ne? Ja. Obwohl, da ist Telepass. Telepass-Telepass heißt immer abzocken. Ja, 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 ja. War ein bisschen eng. Ich hab da was weggefahren. Aber tut mir leid. Du müsstest doch mal breiter machen. Aber erst mal Putz ausbessern. Hier gucken wir dann auch einige Male hin und her. So, wir geben Gas. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen mehr Speed drauf. Es geht bergab. Der gibt auch Gas. Aber ich glaub, der will mich ärgern, ne? Erst Gas geben, dann wieder bremsen, dann wieder Gas geben. So richtig weiß er selber nicht, was er will. So, aber wir fahren hier lang. Tschüss, Leute. Wünsche euch noch viel Spaß. Obwohl wir hier schon mal waren, wissen wir nicht. So. Wir haben sonst wieder ein Stück Straße geklaut, so sah das aus. So, was habe ich gesagt? Wo kommen wir heute hin? 500 Kilometer? Könnte sogar schon klappen. Könnte. 594. Na, gucken wir mal. Und schon wieder 55.000 Geld. Und 500 würden wir dann in der letzten Folge tatsächlich schaffen. Ja, bis jetzt sieht es gut aus. Also bis 500 würde ich jetzt auf jeden Fall runterfahren. Egal, ob wir damit ein bisschen überziehen oder nicht. Das spielt jetzt erstmal nicht so die Rolle. So, wir fahren hier raus. Kommt da etwas schärfere Kurve. Das macht aber nichts. Hier müssen wir rum. Wunderbar hat das geklappt. Also wenn man so die Straßenverläufe sieht, auch die neuen Stückchen, die sie da teilweise zwischen gebaut haben, da kommt noch einiges an Straßen. Das wird sowas von komplex. Da oben wird es auch irgendwann weitergehen. Ja, das sah da alles gut aus. Ich weiß gar nicht, warum manche Stücke hier doppelt gezählt werden. Also links und rechts. Und hier, na gut, das ist eine Brücke. Wahrscheinlich liegt es daran. Du bleibst, wo du bist. Genau. Richtig erkannt, mein Freund. Kluge das gleich gemerkt, als ich dein Auto gesehen habe. BlaBlaBus. Gibt es die ehrlich? BlaBlaKar kenne ich. Aber BlaBlaBus gibt es den auch. Echt? Na guck mal. Da musste ETS 2 spielen, um solche Sachen zu erfahren. Unglaublich. So, jetzt hätten wir unsere Sendezeit rum. Und was soll ich sagen? Wir haben die 500 Kilometer tatsächlich noch hier geknackert. Und wenn jetzt natürlich noch ein Parkplatz kommen würde, wäre das noch schöner. Dann müsste ich mich jetzt hier nicht an den Wegesrand stellen. Aber ich glaube, das Glück werden wir nicht haben. Das wird so schnell noch nichts. Darum werden wir uns hier jetzt vor den Tunnel stellen. Ich bedanke mich für heute bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und vergesst, Abo und Däumchen nicht. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.